Ich hoffe natürlich, dass jetzt ein Schiff reicht, ne? Warte, 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 warte. Da kommen sie schon wieder. Warten noch eben, dass die... Post. Stehen wir lieber zur Seite. Ah, jetzt gehen sie weg. Ja. Beilig. Ne, man, die sind jetzt weg, ne? Ne. Zur eigenen Insel soll man die jetzt bringen. Du kannst jetzt wieder weiter. Nein. Ein letzter Blick. Ich hoffe nicht, kommen wir jetzt heilen, ne? Da vorbei noch. Sofort angegriffen. So. Wow, wir haben vier Stück. Jetzt vier. Nicht schlecht. Schiff unter Beschuss. Das ist bestimmt diese eine. Überall wütend Feuer. Wir müssen die Brandstifte enttarnen, bevor es zu spät ist. Schon wieder? Muss ich fürchten, dass meine Bitte unerfüllt bleibt. Hä? Na, jetzt. Okay. Das hätten wir geschafft. Fünf. Fünf. Fünf Brandstifter. Was sind die denn nun? Schienen. Yay. Yay. Okay, jetzt läuft's besser. Das musste jetzt in Druck gehen. Aber die Zeit ist fast schon wieder um, ey. Schade. Hätten's fast geschafft. Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem Fuß. Oh. Die Werft brennt. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Und hier können wir auch noch welche herstellen. Gehen wir nochmal zurück. Wie sieht's denn hier aus? Feuerwehr in Aktion. Haben wir davon vier Stück. Geht das gut der anderen? Fünf Stück steht hier. Die Feierlichkeiten sind beendet. Aber das ist auch eine Fregatte. Das ist kein von diesen großen Schiffs. An die Segel und Rassen. Die Linien-Schiffe. Aber da steht das für fünf Fetten. Also muss hier noch... Eins, zwei, drei, vier. Dann ist das wohl in der anderen, ne? Welt oder so. Guck mal. Ach, da! Okay. Du kannst dann jetzt auch die alte Welt segeln. Wie sieht's denn hier mit dem... Ich träume von mehr. Also wir haben hier ordentlich Minus, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir nachher noch pleite gehen. Okay, das so. So. Haben wir da schon mal noch ein paar hingemacht. Gehen wir mal zurück zur alten Welt. Zerstörungsaufgabe. Könnten wir eigentlich machen, ne? Ich meine, wir haben ja mehr. Also würden wir das auf jeden Fall schaffen, die zu zerstören. Und da die anderen Schiffe eh noch nicht fertig sind. Das dauert ja noch ein bisschen. Das hier ist es genau. Die werden bestimmt etwas... Dauern, bis das erledigt ist. Das dauert nicht mehr lange. Wir haben jetzt... Uns fehlen noch 5er. Und hier wird es ja auch noch, ne? Ja, gestellt. Zwei, ja. Die der Ritterlichkeit starb mit der Monarchie. Deine Familie von Gutmenschen ist ein einziger Anachronismus. Dir zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. Da sind sie. Oh, oh. Oh, 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 oh. Na toll, jetzt haben wir doch eins verloren. Das soll man jetzt holen. Du tigst doch nicht ganz sauber. Hier sind doch überall Türme. Wenn ich doch da reinfahre, dann... War's das? Immer diese Schimpfwörter, ey. Was ist denn hier los? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, jetzt fehlen uns natürlich... Oh, 5? Achso, weil das ein Schiff da gerade ankommt, ne? Ich hoffe, das wird nicht angegriffen, ey. Ein Feuer ist ausgebrochen. Schiff vom Stapel gelaufen. Den fehlt hier immer noch. Washed. Die Insel eines Kofferwenden wird zu Ende zu bauen. Ich hoffe, dass das jetzt hier ausreicht. Sieht aber nicht so aus. Das sieht echt nicht so aus. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Okay, mit der sind wir im Frieden. Da war sogar Handelsrecht. Da war ja diesen Pakt abgeschlossen. Naja, die ist eine Bedrohung auf jeden Fall. Oh, oh. Ne, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Warum seid ihr da so... Ein Schiff wurde zerstört. Okay. Was für ein Scheiß. Ein Schiff wurde zerstört. Ich hab schon gerade so gedacht, das wird ja jetzt wohl nicht passieren. Und dann in dem Moment fahren sie los und ich dachte, nein. Sie hat meinen Einfluss verloren. Da haben sie unsere Schiffe versenkt. Ein Schiff wurde zerstört. Aber er hat, glaube ich, auch welche verloren. Ich glaube, eins oder so. Von hier aus freigegeben. Aber sie sind das jetzt zum Beispiel stark beschädigt. Überall wütend Feuer. Wir müssen die Brandstifter enttäuschen, bevor es zu spät ist. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich weiß, wo sie liegen. Wie viele noch? Drei Stück haben wir schon. Ich bin der Lehrling. Und mein einziger. Uff. Haha. Okay, noch einen. Komm, den einen müssen wir jetzt noch... Ja. Sie können dich nicht aufhalten. Führe uns in die Schlacht. Kapitalorny. Mal hier gucken. Ach, die sammeln sich auch da. Es ist kein Wunder, dass die immer da hin sind. Da gehen. Ich dachte schon, wo sind die denn immer hin? Die alte Welt. Dann haben wir jetzt wieder Vierer. Ja. Ich glaube ja nicht, dass wir jetzt immer noch Zähne brauchen, weil... Die sind ja auch sehr angeschlagen, ne? Das ist eine komische Jagd da. Schiff vom Stapel gelaufen. Was soll das denn jetzt? Ach, da haben sie uns bestimmt vorhin auch schon so angegriffen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das hier zu dem Auftrag hier zählt. Die drei, die hier immer angreifen. Hier könnten wir noch welche von denen aufsteigen lassen, ne? Ihr Urteil steht noch aus. So. Wir müssen ja auch ein bisschen mehr Plus hierher kriegen. Krieg kostet nämlich sehr viel. So. Ein Konkurrent hat eine Siedlung... Hier ist kein Schiff mehr fertig. Nein. Das Spielstab wird speichern. Wollen wir mal hier gucken. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Drei Stück? Okay, das ist auch ein Kriegsschiff. Das könnten wir eigentlich auch einsetzen. Und das auch. Das haben wir ja noch diese beiden. Müsste eigentlich reichen. Mal fünf von den großen und zwei von diesen hier. Die sind ja halt... Ja gut, wir könnten noch warten, bis das fertig ist, ne? Was ist mit dem anderen hier? Oh, ich glaube, das war noch länger, ne? Oh, nee, das ist schon auch gleich fertig. Gut, dann nehmen wir die beiden noch und dann reicht das aber. Ich glaube, das würde dann reichen, um die zu vernichten. In die alte Welt. Nein. Ich nehme an, diese Insel gehört jetzt uns, wa? Dass wir hier drauf bauen können. Wir haben ja noch gar nichts gebaut. Das ist ja jetzt schon echt viel, ne? Also, ich glaube, das... Ich fahre hier lang. Nicht da unten. Das werdet ihr noch angegriffen, ey. Aber cool sieht die Schiffe echt aus, muss man sagen, ne? Dem coolen Stil. So, dass sie Feuer spucken können, ey. Schon heftig. Tun die Einwohner ja hier echt leid, ne? Alles zerstört. Dass die so einen Hass auf uns haben. Vor allem auf die Familie, das ist durch. Jetzt haben wir acht Schiffe. Ich glaube, das reicht schon, ne? Es fehlen da so ein paar. Nur einfach hier jetzt in der Linie, so. Ui, was dann? Kühlerei ist abgefackelt. Ich glaube, das reicht schon. Naja, komm, das reicht. Wir versuchen es jetzt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ein bisschen niedriger stellen. Oh, das wird aber ganz schön eng, ey, Leute. Okay, das schaffen wir nicht. Das kann ich auch nicht mehr retten. Ja, das ist zu spät. Ja, meine Türme. Ja. Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem Fuß. Das ist nicht deren Ernst. Ein einziges Schiff ist übrig geblieben. Oh, Mann. Das darf echt nicht wahr sein. Naja. Die meisten haben wir zumindest geschafft. Ja, ich will das jetzt eigentlich auch noch in diesem Partner erledigen, muss ich ehrlich sagen. Nervt mich ja jetzt schon. Meinst du, dieses Schiff schafft das? Kann ich das irgendwie besser ausrüsten? Ne, ne? Ich glaube ja nicht, dass der das alleine schafft. Wir versuchen es mal. Wer zuerst trifft. Das sieht knapp aus. Nein. Das darf nicht wahr sein. Boah, wenn ich jetzt noch ein Schiff hätte. Wahrscheinlich hätten wir die jetzt schon längst erledigt. Wir haben ja nicht vorhin hier so diesen Fehl passiert, dass die vorbeigefahren sind. Ich könnte natürlich hier auch welche kaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Können die auch angreifen? Das nicht. Aber das... Das ist eine Aufgabe. Meint ihr, das schafft das alleine? Ja, das müsst ihr schaffen. Auch wenn es ein bisschen schwächer ist. Lass mich das jetzt nicht bereuen. Zur Hölle mit euch aufdringlichen Guts. Ich werde zur Ressourcen und euch hinabzerren zu dunklen Orten, als ihr euch jemals vorstellen konntet. Wow. Lohnt sich hier zu sammeln. Ich glaube nicht, dass das die letzten waren, wenn ich ehrlich bin. Wir sind dir alle so dankbar. Du hast diese Welt vor einer Schreckensherrschaft bewahrt. Ja! Jetzt sind wir bereit für ihre Majestät. Die Augen der Welt werden auf uns gerichtet sein. Was passiert jetzt hier mit dieser Stadt? Ah. Okay. Sieh nur all die erquickten Untertanen. Sie wirken überaus enthusiast. Glaubst du, sie zelebrieren nicht ihre Königin? In gewisser Weise, Wolf Majestät. In gewisser Weise. Und du bist dir sicher, Samuel Goode war tatsächlich unschuldig? Kein Zweifel, Eure Majestät. Sorgen Sie sich nicht. Ihre Teilnahme an dieser Zeremonie ist einfach großartig. Eine Geste edler Natur, die diesen gepeinigten Ort heilen kann. Gut, lass sie mich heilen und weg. Seh nur, Ihre Majestät erweist die letzte Ehre, wie es Archibald versprochen hat. Sie seht ihr an. Ich wette, sie hat längst vergessen, wer wir überhaupt sind. Das glaub ich auch. Und ihr gefeiertes Beileid gibt euch den Erden von Samuel. Für den Verlust eures geliebten Vaters und wegen der Tragödie, die durch die überaus unglücklichen Taten eures Onkels ausgelöst wurde. Von nun an ruhen sie Seite an Seite in der Familienkuft. Nun haben sie Frieden. Für eure unbestreitbare Treue und Tapferkeit werdet ihr zum Retter geschlagen. Und die Insel Bright Sands wird euch von nun an und immerfort als Besitztum zugesprochen. Vergebt uns, wir wachen immer auf Beerdigungen. Äh, ich fürchte, Majestät, es ist Zeit, dass wir uns wieder auf den Weg machen. Sie ist... Die Königin. Sie ist die Königin. Noch schnell retten. Bright Sands wurde an uns zurückgegeben. Hat das Name reingewaschen. Werden du und Ahrendt jetzt aufbrechen, wo alles erledigt ist? Nach allem, was wir erlebt haben. Sei ehrlich, Ahrendt. Ich weiß, dass wir uns eines Tages trennen müssen. Aber wenn meine Gebete erhört werden, dann ist heute nicht dieser Tag. Nicht wahr, Geschwister, heute ist nicht der Tag des Abschieds. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Boah, wie das aussieht hier. Nein. Kampagne. Ende. Wow. Die ist echt kurz, ne? Also mir kommt sie extrem kurz vor. Toll, dass das davon übrig geblieben ist, ne? Wo meinen die wohl hier? Ich meine, die sind ja noch nicht mal Einwohner. Ich meine, das ist alles zerstört. Du hast die Kette durchbrochen. Jetzt haben wir einen Vorteil. Meine robuste Erscheinung hat sicher geholfen, um die Pyphoria zu verscheuchen. Pyphoria. Zwei Blumen, benetzt von Trän, spenden einer Wiese Leben. Okay. Du weißt schon, Schätzchen, dass du diese Maskenmänner nicht für immer vertrieben hast, oder? Naja, das glaube ich nämlich auch. Dabei wollte ich persönlich etwa die Schlinge um den Hals legen. Ach, was soll's. Gnadenlos, wenn's sein muss. Das gefällt mir. Die Welt wurde vor großem Leib bewahrt. Irgendwas am Großmeister der Pyphoria kommt mir bekannt vor. Aber was? Das war's. Der Part ist zu Ende. Wir haben die Kampagne durch. Das ging echt schnell. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin hoffnungsvoller als zuvor. Okay, die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, Bright Stands wieder aufzubauen hier. Diese Stadt. Das war jetzt die Kampagne vorbei, aber... Ich hab hier noch einiges vor. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Im nächsten Part von Anno 1800. Tschüss! 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 Tschüss!